Jo, was geht Leute, HannesTV ist am Start, es ist übelst früh, ich zeige euch den Beweis, 18.18 Uhr, ich bin richtig scheiße müde, ich habe Spätschicht Leute, und ich konnte nicht pennen, um zwei pennen gegangen, und um sechs wieder aufgestanden, und ich dachte, okay, jetzt mache ich so einen ranzigen Vlog, wie in alten Zeiten, ich werde irgendwie diesen verraskeln, und dann Bio-Matcha reinknallen, habe ich noch nie gemacht, das wird das erste Mal sein, 30 Gramm, Link ist in der Beschreibung, bei Amazon Beschreibung, gestellt, und ja, und das testen wir erst mal. Alter, ich spüre schon richtig, wie das richtig ballert, einfach, dieser Tag, der wird unnormal krass. Kauft euch alle Matcha-Tee, das Beste, was man machen kann. So, die Bude ist aufgeräumt, das Auto ist gesaugt und gewischt, ja, und jetzt habe ich Bock zum Mediamarkt zu fahren, da ist eine Aktion, drei Switch-Spiele für 111 Euro, und ja, Mediamarkt, die sind ja aschteuer, die Dinger, und ich gucke mal, was es so gibt, viel Spaß. Jo, jetzt wird sich erst mal richtig hart gegönnt, aber erst mal schön im Famila, was zu fressen kaufen. Jo, alter, erst mal schön Haul, richtig, was keinen interessiert, wie ich mir Vanille, High-Protein, Schokopudding geholt habe, ne, nur Schokopudding. Ähm, schön rote Beete-Saft und Famila habe ich auch noch nie gegönnt. Fettarme Milch, Beste überhaupt, und ja, erst mal hier schön ESN-Eiweiß, Vanille-Eiscream, ich liebe ja Vanille, und ESN ist eh Beste, und das testen wir, aber jetzt geht es echt endlich zum Mediamarkt. Ich freue mich auf meine Spiele, ich habe so Bock zu zocken, ich bin Freitag im Zug, für eineinhalb Stunden, und Sonntag wieder zurück, und da kann ich erst mal richtig geil Switch zocken, habe ich richtig Bock drauf, Leute. Alter, ich kann mich übelst nicht entscheiden, Mann. Das ist viel zu heftig, ich habe übelst Schiss, dass ich 222 ausgebe, Alter. Jo, das war mal eine Spätschicht-Vormittag, du. Ich muss gleich zur Arbeit, aber ich zeige euch noch, was ich mir geholt habe. Mediamarktaktion, 161 Euro habe ich ausgerechnet, ohne Aktion hätte ich bezahlt, jetzt 111 Euro. Ich habe mir geholt, let's go Evoli. Ja, das Spiel habe ich schon mal gespielt, habe ich damals meiner Ex-Freundin zu Weihnachten geschenkt, das haben wir damals im Weihnachtsurlaub gezockt, da habe ich auch richtig Bock drauf, jetzt habe ich das Spiel selber endlich, weil ich ja auch endlich einen Switch habe, yo. Super Smash Bros. Ultimate, ja, ihr wisst ja, ab und zu seht ihr jetzt im Hintergrund bei mir, dass ich immer noch Super Smash Bros. 4 spiele auf der Wii U, ist auch unglaublich geil. Habe ich auch schon mal angezockt beim Kumpel und gefällt mir noch besser. Also das ist, glaube ich, das Super Smash Bros. überhaupt. Ich mochte alle Teile, auf N64 damals auch gezockt wie ein Verrückter und dann Melee auf Gamecube unnormal. Auf Wii habe ich nicht so viel gespielt, habe ich aber auch. Und ja, Super Smash Bros. immer ein Muss, genauso wie Zelda. Ihr seht im Hintergrund Link's Awakening, zockt ich gerade, habe schon ein paar Dungeons gemacht, richtig geiles Remake auf jeden Fall. Also ich habe damals das Gameboy-Spiel schon richtig geliebt. Und ja, jetzt das Remake ist auch klasse, aber Breath of the Wild ein Muss. Also ich bin halt so eher der Fan von diesen Zelda-Spielen, also nicht diese Vogel-Perspektive. Ocarina of Time, Ocarina of Time, Majora's Mask, Twilight Princess. Ja, ihr kennt's. Das sind so meine Liebsten. Ja, perfect. Sobald habe ich auch noch mal zugeguckt, mal so ein paar Minuten bei Leuten. Aber jetzt kann ich auch endlich dieses legendäre Stück spielen. Das war's mit meinem Vlog. Gönnt euch Mediamarkt-Aktionen, die läuft noch. Also bis Ende der Woche, mal gucken, wann ich das Video hochlade. Und yo Leute, haut rein! So, endlich zu Hause. Es geht los, Leute. Es geht los. Oh, jetzt geht's los. Mann! Nein! Nein! Fuck! Nein! Nein!